Hey Leute und willkommen zurück auf dem Rustcraft bei einem weiteren Video. Und zwar heute hier in der Welt von The Eurocraft, die ich hier habe, und zwar das Minigame Plus Minus. Wir sind direkt hier gespawnt und haben ein Buch bekommen. Wir gucken mal rein. Willkommen zu dem Minigame Plus Minus. Dies ist ein reines Redstone Minigame und funktioniert nur mit Vanilla Redstone Technik. Dieses Buch erklärt dir, wie genau gespielt wird. Ja, habe ich alles verstanden. Ich habe mir auch das Video anguckt, wie das Ganze funktioniert. Ja, toll. Das brauchen wir nicht mehr. Ich wirf's da nicht hin, weil ich sonst vielleicht Technik kaputt mache. Keine Ahnung. Und ja, hier sind wir in dem Minecraft. Das ganze Ding wurde hier gebaut von The Eurocraft. Ja, von dem hin zu sonst. Das Riesen-Minigame. Nur mit Redstone Technik habe ich mir alles genau anguckt. Also alles hier nur Redstone, null Command-Blöcke, null Mods, null Plugins, null nix. Also alles nur Redstone eigentlich als hauptsächlich modulare Technik. Und es geht eigentlich darum, dass links und rechts Minecrafts aussehen. Und wir müssen zählen, wie viele das sind. Also wenn links, rechts eins rausfällt, dann müssen wir Minus 1 rechnen. Und wenn links eben ein rausfällt, müssen wir Plus 1 rechnen. Also eben Plus und Minus. Und wir sagen mal, bei Plus fallen dann 5 Minecrafts raus. Wir zählen dann 5. Und 5 dann kommt hier nochmal 2. Also 5 minus 2 sind dann 3. Und wenn wir dann die Zahl wissen, müssen wir heute hier mal angeben. Also hier in dem schönen... Also hier im Dashboard geben wir sie dir einfach ein, die Zahl. Und ja, es gibt 3 Spielmodus. Also grün, gelb oder rot. Also einfach, mittel und schwer. Ich werde jetzt alle 3 Spielmodus durchspielen. Ich habe einen Trick für mich, aber den sage ich euch erst mal am Ende. Vielleicht auch gar nicht. Und ja, wenn ihr euch jetzt runterladen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Ihr kommt dann auf die Website von TheUcraft. Oder ihr könnt euch seine Review auf seinem Kanal angucken. Oder einfach abonnieren. Also auf jeden Fall. Wenn ihr es noch nicht getan habt, müsst ihr auf jeden Fall. Und ja, wir schreiben jetzt einfach mal... Guck mal, ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, Leute. Ich schreibe mal L oder bei leicht 2 Punkte und dann das Ergebnis. Und ja, dann überprüfe ich es hier, ob ich es richtig angebe. Und dann wird hier auch hier hingeschrieben. Also man kann dann sehen, welches das richtige Ergebnis ist. Also vielleicht liegt jeder andere oder andere richtig. Und das gleicht ja mit gelb und mit rot. Also, Leute, macht euch beraten in den Kommentaren. Also erstmal guckt. Also ich drücke auf 1. Drück den Button und zählen los. Also links 2. Nummer 1. Nummer 1. Als links. Nummer 1. Rechts. Nochmal 2. Rechts. Nochmal 2. Und nochmal hier links. Also wir haben insgesamt 9 auf Minus. Und 3 auf Plus. Also weiß nicht. Und 9 und 3 sind dann eben... Minus 6. Eigentlich ja. Also habt ihr es richtig daran? Ich habe es auch schon gesagt. Also bei einfach ist es eigentlich nicht so geil. Also guck mal, ob ich es richtig erraten habe. Also es gibt auch eigentlich kein Feedback, ob wir es richtig gemacht haben. Wir drücken mal in minus 6. Und die ein Porto jetzt gespeichert. Und jetzt wird hier vorne gleich... Sehen wir, ob wir richtig liegen haben. Ich habe minus 6 gesagt. Und das Ergebnis ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir liegen richtig. Also minus 6. Wir kommen zu jedem Feuerwerk. Wir haben es richtig erraten. Ja, Leute, in den Kommentaren. Okay. Dann geht es jetzt mit dem Geld los. Also wir warten, bis das runterfällt da. Jo, jetzt fällt es. Ich gebe dem Game ein paar Sekunden. Denn wir brauchen ja manchmal etwas. Und ich schätze mal jetzt. Also ich schätze. Und jetzt geht es mit Geld los. Also, Leute. Rechnet mal. Tüchtig nach. Also, mit eurem Trick. Guck mal, wer es wo fällt. Und los geht's. Wir sehen das Go da. Wunderschön. Und jetzt geht es los. Jo. Habe ich schon total verrechnet. Ehrlich. Ich bin schon total daneben. Ehrlich. Und es geht ja noch weiter. Oh, ich muss mir Zittel holen. Also. Es geht ja noch weiter. Wait. Das habe ich mir nicht gemacht. Also mal gucken. Vielleicht hat es irgendwas für euch gemacht. Und es geht noch weiter. Nee. Okay. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es mehr auf Minus sein kann. Also direkt mal. Ich sage mal minus 3. Komm. Vielleicht erraten wir es ja. Ich habe keine Ahnung. Also wenn die U-Graphen das hier siehst, tut mir leid. Aber ich habe gerade nicht so gut mitgezählt. Also wir sehen. Nee. Wir legen schon falsch. Also es ist plus. Ah, wir legen falsch. Also es gibt kein Feuerwerk, heißt das. Es ist plus 2. Also es gibt kein Feuerwerk. Und es game resetet sich wieder. Aber ich will es noch einmal versuchen. Ich will jetzt auch mal das komplizierte machen. Dafür gucke ich mal, ob ich einen Kuh drauf finde. Natürlich finde ich keinen Kuh. Schau mal hier nach vorne. Ich nehme mal den, wo ich jetzt nicht. Sonst bin ich auch zu voll dafür. Also. Runde 3. Innen schwer. Also mal gucken, wie das hier wird. Also. Los geht's. Go. Und losziehen, Leute. Und los jetzt ist richtig ab okay wenn ich alles richtig geringer was nicht der Fall ist da ich weiß dass ich den falsch gemacht habe es wäre auch eine geile Idee gewesen also ich bin da zwischen 3 4 oder 5 ich weiß es ist ein Pluszahl ist ich sag mal 5 und jetzt wird hier eine Riesenzahl runterfallen ich sehe schon also ich hab's falsch auf jeden Fall 1 also das Plus richtig haben wir erraten was habe ich überhaupt gesagt ich hab 5 gesagt ja 3 4 4 5 es ist nicht 5 es ist auch nicht 6 auch nicht 7 auch nicht 8 8 plus 8 also ich hab's nur daran also noch also ich hab's noch daran ich hab's geschafft also Leute wenn ihr Spaß drauf habt also wenn ihr es selber spielt also wenn ihr das selber mal gucken wollt es gibt die Bauparts auf dem Kanal von TheYoCraft Link ist natürlich in der Videobeschreibung wie bereits gesagt eurer Meinung gerne in die Kommentare Download natürlich auch drin unten abonnieren TheYoCraft mich auch natürlich Daumen nach oben wenn's euch gefallen hat bis bald und ciao und dann